Aufgabe, was ist denn das? Ähm, ja. Ah. Bring dieses Fahrzeug samt der geladenen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Okay. Wo ist denn die Markierungsfackel? Mach es einfach mal. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Oh, es sieht ganz gut aus. Es ist lustig. Das Quad ist aber schnell. Nein. Was machst du denn da? Fahr. Alter. Fahr jetzt, fahr. Fahr jetzt, fahr, 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 fahr mit Vollgas. Oh mein Gott, ich hab nicht mehr lange Zeit. Nee, ich hab nicht mehr lange Zeit. Fahr jetzt, ja, nee, die Mission. Hab ich, glaub ich, nicht geschafft. Oder? Nein, die hab ich nicht geschafft. Mann, das ist da unten. Nein. Scheiße. Kacke. Och, Mann. Das fand ich jetzt aber nicht toll. So, komm, mach fertig. Hör auf. Mach jetzt. Hallo. Ah. Meintest du? Nein, will ich nicht. Hab ich keinen Bock. Lieber nicht. Der Messerwurf-Takedown ermöglicht dir einen entfernten Gegner lautlos mit einem Messer zu töten. Okay. Oh, mit dem Messerwurf-Takedown. Und wann kriegt man den denn? Hier, denk ich mal, ne? Ja. Ja, Pfeile. Ninja-Schritt, nein. Nahkampfkill. Töte einen Gegner und benutze dessen Messer, um einen weiteren Gegner zu töten. Oh, Messerwurf-Takedown. Hört sich ganz interessant an. Werde ich, denk ich, mal bald skillen. Aber jetzt erstmal nicht. Hier ist wieder so ein Gleiter da oben. Hab ich grad auf der Map gesehen. Oh, hier kann man vielleicht gleich noch was looten. Looten? Gebt man denn noch was zu looten oder geht man das hier nicht? Oh, ist ja langweilig. Moment, dann mal jetzt über mir noch mal kurz... Nehme ich das hier. Markiere ich das. Dann sieht man das auch da hinten da als Visier markiert. Und dann geht es los, du. Wie mit einem schicken Gleiter. Wow. Ey, der Gleiter ist so geil. Oh mein Gott, hör auf. Jawolle. Das ist so geil. Ey, die sind so geil, diese Gleiter. Ich find die voll genial. So, wir könnten ja jetzt auch mit dem Fahrzeug komplett da außen rum, da hinten lang und dann da lang. Ich nehm den Gleiter, das geht wesentlich schneller. Funktur haben wir dabei nämlich auch gleich noch genommen. Und, äh, ja. Geil. Moment, fährt er weiter, wenn ich... Wenn ich jetzt ins Menü gehe. Nein, macht er nicht, okay. Wenn es immer weiter gleitet. Das sieht man ja unten links. Da an dieser... Anzahl, wie viele Meter das so sind. Da kann man ja gucken. Aber gerade eben waren es auch so viele Meter. Ich würde ja mal grob sagen, ich gleite hier jetzt gleich mal runter. Ey, da bin ich schnell. Ich gleite jetzt hier runter. Wir halten, um leider zu verlassen. Gut, haben wir geschafft. Alter, wie geil, was ist das denn? Ist das ein... Jet-Ski-Ding? Hallo? Dr. Arnhard? Hey, Daisy hier. Ich hab mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal. Ich hab da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay. Wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. Das hoffe ich aber. Vorher will ich noch mal eben dieses Sea-Ride ausprobieren. Das sieht doch geil aus. Jet-Ski. Wow, Alter, ist das schnell. Alter, ist das geil. Ja, das ist kaputt, ne? Mit der Macht. Hame, Hame, Ha! Geil. Geh ins Wasser, Kack-Ding. Ach, ist denn Wasser? Gut. Oh mein Gott, das ist ein Gefängnis, Leute. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine so gute Idee ist. Ich will aber erst mal ihn da jetzt ausschalten. Bye. Gut. Oh mein Gott, das war knapp, Alter. Alter, wie viel... Äh, ich bin völlig durchgeschwitzt. Verhandelt's alle? Ich seh jetzt keinen mehr. Geht's vielleicht nur diese 15? Dann geht das ja eigentlich noch. Ne, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, das sind, glaube ich, ein paar mehr. Ich schleiche mich da jetzt an. Ich versuche, sich jetzt alles möglichst lautlos zu machen. Ich denke mal, das ist auch der beste Weg, weil da kriegt man mehr hin. So, jetzt hat man gerade meinen Stuhl gehört, wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig höre. Ich hoffe, die hier drehen sich jetzt nicht um. Okay, nein, tun sie nicht. Ich muss mich beide leichtzeitig ausschalten, ausschalten, ausschalten. Ernsthaft jetzt? Tut das jetzt Not mit dem Alarm? Ich mach halt alles auf die Distanz, weil ich hab keinen Bock, dass hier jetzt... stirbt. Ich mach mal die Leiche plündern, erst mal voll in die Säcke greifen, weißt du. Oh. Ja. Tja, hätte man's mal leise gemacht, ne? Ein Edelstein. Oh mein Gott, geh hier rein. Geh doch ins Haus. Guck mal. Ja, ja, halt die Fresse, du Arsch. Fick dich, halt die Fresse. Was willst du? Opfer. Junge. Oh mein Gott, ich bin... Das kann sein, dass ich gerade recht wenig sage, weil ich hier angespannt bin und... Panik, hab ich den? Nee, hab ich noch nicht geblendet, ne? Nee, hab ich noch nicht geblendet. Lederbrief, das kann man bestimmt alles gut verkaufen. Oh, hier ist schon ein Toter. Hab ich den getötet? Hab ich den getötet? Den hab ich doch noch nicht getötet. Okay, aber... Ja. Er hat mir cool, dass sie sich hier alle beruhigen. Beruhigt euch. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Nein. Alter, da oben ist ein Alarm an. Den hab ich noch gar nicht bemerkt, Junge. Wie soll ich denn vorher mal ausschalten? Hier so, ne? Ich bin nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das nur ne gute Idee ist. Sie ist auf Distanz, aber ich versuche es einfach mal. Da unten ist einer. Hey, du Arsch, hallo, komm her. Sehr schön. Ich hab keinen Schuss mehr, Alter. Nein. Erstmal wieder heilen. Aber mit ne Spritze. Ja gut, hatte ich ja ne Spritze. Ist ja auch egal. Ich brauch Munition. Ist ja nirgendwo Munition, ey. Kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo Munition ist. Hallo. Ne, das ist ganz knickig. Ich geh in die Höhle. Boah. Der sieht schon etwas härter aus, wie ich es mal so grob will behaupten. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt härter ist oder nicht. Aber das sieht mir ganz danach aus. Auf den ersten Blick so. Ist das hier leise Munition? Töte den Lageraufseher und nimm den Gefängnisschuss her. Okay, den muss ich wohl töten. Halt dir die Augen offen. Hier ist Tarnik. Die Rebellen trauen sich doch so und so nicht hierher. Was? Hab ich den nicht getötet? Alter, das ist doch scheiße so. Gib mir deine Waffe hier. Oh, hier ist der Muni. Ah. Mach weg. Ich will die Granate nicht. Nein. Gib die wieder her. Hallo? Ich mach die Granate wieder. Ne. Gib mir die wieder. Siehst du, hab ich wieder Muni für. Jetzt gibt's knicken. Ihr seid jetzt alle toll. 30 Schuss für. Komm her. Komm her. Oh, ich mach das jetzt so, Alter. Alter. Nein. Ach, scheiße. Jetzt bin ich das erste Mal gestorben. Scheiße, 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 scheiße. Ach, kacke, ey. Mann. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Das ist jetzt ärgerlich. Mann, ey. War ich schon so weit? Okay, das ist ganz normal. Ist hier wirklich keine Munition mehr oder so? Ich muss doch irgendwo noch Munition. Scheiße, scheiße. Scheiße, ich krieg das jetzt so hin, Alter. Ich darf nicht vergessen, diese ganzen Alarm-Dinger auszuschalten. flieeg. Flieeg.